Zu Ehren der Götter Der neue Altar einer neuen Göttin Rom schwirrt vor Aufregung wie ein Bienenstock. Kaiser Augustus persönlich wird heute den neuen Altar des Friedens, die Ara Parkis, einweihen, den der Senat errichtet hat, um Augustus' sichere Heimkehr aus Spanien und Gallien und seine dortigen Siege zu feiern. In einem genialen Schachzug hat der Sieger den sonst bei solchen Anlässen üblichen Triumphbogen abgelehnt. Stattdessen hat er Künstler mit dem Entwurf eines Altars beauftragt, der eine frisch zur Göttin erhobene Idee verkünden soll. Sie heißt Friede. Aber nicht nur die Göttin Friede wird hier geehrt, der Altar feiert auch Augustus. Nicht als Feldherrn, sondern als den Mann, der die Religion der Vorzeit wiedergebracht hat. Jede Einzelheit verkündet diesen Gedanken. Es ist ein Feiertag für alle, vom Sklaven bis zum Senator. Männer, Frauen und Kinder. Auf dem Marsfeld wird für jeden etwas geboten. Viele erinnern sich noch, dass es früher nicht viel mehr war als ein riesiges, matschiges Feld, auf dem die Armee inspiziert wurde. Jetzt ist es eine enorme Freifläche. Gepflastert mit Marmor und überragt von einem mächtigen Obelisken aus Ägypten, der als Zeiger einer Sonnenuhr dient. Dieser Zeiger hat am 23. September, Augustus Geburtstag, für einigen Gesprächsstoff gesorgt, denn an diesem Tag traf sein Schatten auf den Eingang zum Altar des Friedens. Weiter nördlich liegt Augustus' Mausoleum, ein gigantischer Zylinder mit einem Erdhügel als Spitze. Er ist als letzte Ruhestätte für die Asche des Augustus und seiner ganzen Familie vorgesehen. Aber jetzt zieht es fast jeden zum Altar des Friedens, dicht neben der Via Flaminia, der Hauptstraße, die vom Stadtkern genau nach Norden führt. Der Altar steht an jener Stelle, wo Augustus den Göttern im Sommer 13 v. Chr. das Dankopfer für seine wohlbehaltene Rückkehr aus Spanien und Gallien dargebracht hatte. Damals hatte man einen provisorischen Altar aufgebaut, umgeben von einer Einfriedung aus Holz. Heute wird Augustus das Opfer von damals wiederholen und Riten vollziehen, um an der gleichen Stelle den dauerhaften Altar des Friedens zu weinen. Porchia und ihr Gatte, der Senator Markus Claudius Rufus, treffen in zwei Sänften auf den Schultern stämmiger Sklaven ein, die gleichzeitig als Leibwächter dienen. Sofort richten sie ihre Blicke auf den Fries, der rundum an der Marmorwand eingemeißelt ist, die den Altar umschließt. Der Fries zeigt Augustus selbst, umgeben von Priestern und Leibwächtern und gefolgt von seiner ganzen Familie. Der Schock des Erkennens lässt Porchia Markus' Arm umklammern. Da steht Agrippa an der Spitze der Familie, Augustus' rechte Hand und sein Schwiegersohn. Leider ist er gestorben, bevor die Bildhauer den Fries vollendet haben, und Julia ist nun Witwe. Julia schaut aus dem Bild heraus. Gleich neben ihr steht die mächtigste Frau in Rom. Augustus' Frau Livia, Julias Stiefmutter. Das Rätselraten hat begonnen. Wer wird der Nachfolger für Augustus sein? Schließlich steht für Porchia und Markus und für jeden, der zur Oberschicht gehört, ja fest, dass Augustus dabei ist, eine Dynastie zu begründen. Es gilt der Tatsache ins Auge zu sehen, dass die Republik Geschichte ist. Augustus hat das Römische Reich gegründet. Porchia ruft Markus, der noch grübelt, welche Kinder aus der Familie des Augustus nun genau auf dem Südfries abgebildet sind, zu sich vor die Nordwand. Da hat sie eine Prozession aus Priestern und Senatoren entdeckt. Mittendrin Markus persönlich, wie er in seiner Toga mitmarschiert. Und noch mehr Familienmitglieder des Augustus am Ende des Zuges. Wie raffiniert. Jede Einzelheit ergibt Sinn. Hier ist die politische Seite des Altars. Und sie ist dem Senat gewidmet. Augustus kommt auf ihr nicht vor. Er steht auf der anderen Seite, umringt von Priestern und hat den Kopf mit dem Saum seiner Toga umhüllt. So zeigt er jedermann seine Lieblingsrolle. Die als Oberpriester von Rom. Als Pontifex Maximus. Das Gewimmel der Masse und das Brüllen der Opferkühe zeigen Porchia und Markus, dass es Zeit wird, ihre Plätze vor dem Altar einzunehmen. Sie verhüllen ihre Häupter und fallen in Schweigen. Während sie sich noch dazu beglückwünschen, die Aussagen der beiden Prozessionsfriese entziffert zu haben. Als sie aufblicken, sehen sie die Reliefs, die ihnen auf beiden Seiten der Tür zum eigentlichen Altar begegnen. Rechts steht ein Bild des Aeneas beim Opfer. Genau wie Augustus an der Spitze der Familienprozession hat Aeneas das Haupt verhüllt, als er sein Dankopfer bringt, weil er nach seiner langen gefährlichen Fahrt aus Troja endlich in Italien gelandet ist. Porchia und Markus haben erst kürzlich eine Lesung aus Vergils neuem Epos besucht, das Augustus reicher Freund Mekenas in Auftrag gegeben hat. Vergil nennt es die Aeneas, aber Markus nennt es reine Propaganda. So wie Aeneas Rom gründete, so stellt Augustus es wieder her. Genau wie Aeneas seine Frömmigkeit gegenüber den Göttern zeigt, indem er ihn Lawinium opfert, zeigt Augustus seine eigene vor alle Augen auf dem Altar, der dem Frieden geweiht ist. Eine schöne, glatte Sache. Und außerdem eine, die die blutigen Tatsachen an Augustus' Aufstieg zur Macht übergeht. Aufregung breitet sich aus, als der echte Augustus eintrifft. Er sieht ein bisschen älter aus als sein Konterfei auf dem Relief, ist aber umgeben von einem ähnlichen Gefolge aus Priestern und Leibwächtern, die ihre Amtsstäbe tragen. Die Fasskäs. Markus und Porchia erkennen bekannte Gesichter unter den Priestern. Während Markus und Porchia darüber nachdenken, welches Glück sie haben, in den besten Kreisen und in der ersten Reihe zu sitzen, kommen Gaius und Silvia zu Fuß an. Ihre drei Kinder im Schlepptau. Sie müssen sich ihren Weg durch die Menge der einfachen Leute bahnen, die den Prozessionen der Senatoren und Ritter samt ihren Sklavenheeren gefolgt sind, und alle wollen dieses neue Wunder Roms sehen. Es gibt viele Feiertage wie diesen, an denen die Familie des Gaius aus ihrem Elendsquartier herauskommt. Und er selbst aus dem kleinen Laden, wo er seine Arbeitszeit damit verbringt, für wenig Geld einfache Möbel zu tischlern. Vor sich sehen sie eine Gruppe Menschen, von der Via Flaminia heruntersteigen, um sich den Altar anzuschauen. Endlich schaffen es Gaius und seine Familie bis zur Rückseite des Altars. Die ist einfach umwerfend. Denn durch irgendeinen Zaubertrick hat der Bildhauer die ganze Umfassungsmauer mit jedem Trieb und jeder Blüte überzogen. Fantastische Acanthus-Ranken verwandeln sich in andere Pflanzen. In Lorbeer, Efeu und Weinreben voller Trauben. Es gibt Acanthus-Blüten, Rosen und Mohnblumen, sogar ein Büschel Eichenlaub. Und noch umwerfender sind all die Lebewesen, die den steinernen Raum ausfüllen. Schwäne krönen die üppige Vegetation, aber viel kleineres Getier, Schlangen, Eidechsen, Vögel, ist im Blattwerk versteckt. Sylvia bewundert das Relief weiter oben. Eine wunderschöne Frau, die Zwillinge hält. Der Junge in ihrem linken Arm spielt mit Früchten, die im Schoß seiner Mutter liegen. Der andere fasst nach ihrer Brust. Auf jeder Seite findet sich eine Frau. Die eine reitet einen Schwan, die andere ein Fabelwesen, einen Meeresdrachen, und ihre Mäntel bauschen sich um ihre Körper. Rings um den Drachen bemerkt Sylvia Wellen. Doch neben dem Schwan sieht sie eine umgestürzte Amphore, aus der Süßwasser auf Wiesengras fließt. Und unterhalb der schönen Frau in der Mitte findet sich trockenes Land, auf dem eine Kuh sich ausruht und einem Schaf beim Grasen zusieht. Sylvia glaubt, sie versteht, was das Bild bedeutet. Die Frau ist Italien. Die Frauen mit den fliegenden Mänteln sind die Winde. Der Wind auf dem Meeresdrachen steht für die Ozeane, die Italien umgeben. Und der Wind, den der Schwan trägt, steht für das Land. Es ist Zeit, dass das Opfer beginnt. Das Leiern von Doppelflöten und die rezitierten Gebete lassen die Menge verstummen, während eine Prozession erscheint, die jener auf der Südwand sehr ähnlich sieht. Augustus führt sie, das Haupt verhüllt. Die Priester und Leibwächter umgeben ihn und die Opfertiere folgen. Zwei weiße Fersen, die Horner vergoldet und mit Blumen begrenzt und ein weißes Mutterschaf. Kräftige Männer mit bloßem Oberkörper, die rockartige Kleider tragen, führen die brüllenden Kühe und das blöckende Schaf. Drei andere Männer, ähnlich gekleidet, tragen große Opferhämmer. Wieder andere dreikantige Messer. Der Moment, die Tiere zu opfern, ist da. Zugleich heben sich die Hämmer und schwingen mit einem dumpfen Krach nieder, die Tiere betäubend. Sie fallen auf das glänzende Marmorpflaster. Rasch färbte sich tiefrot, als die Priester den Tieren die Kehlen durchschneiden und das Blut in flachen Schalen auffangen. Sie weiden die Fersen und das Schaf aus, ziehen Leber und Därme hervor. Während Augustus die Stufen hinaufsteigt, um etwas Blut auf den Altar zu gießen, inspiziert ein Opferschauer die Lebern auf Vorzeichen. Alle Omina sind gut, wie es jeder erwartet hat. Nachdem nun die Götter milde gestimmt sind, folgen lange Dankeshymnen. Die Stimmung wird lockerer, als Ausrufe ankündigen, dass Augustus dem Volk am Nachmittag einen allgemeinen Festschmaus geben wird. Viele weitere Tiere sind geschlachtet worden und bald gibt es Rinderbraten und Lamm in Hülle und Fülle und reichlich zu trinken für alle freien Bürger der Stadt. Der Altar der Bezirksvorsteher Es ist ein großer Tag für Publius Clodius. Vielleicht ist er noch besser als der Tag, an dem Publius Clodius, sein Herr, ihm die Freiheit geschenkt hat. Heute werden er und drei Freunde, ehemalige Sklaven wie er, ihr erstes öffentliches Opfer als Bezirksvorsteher vollziehen. Publius trägt eine frisch gewobene Toga, als er mit seiner Familie an die Straßenkreuzung geht, die seinen Amtsbezirk in der Stadt markiert. Nun wird Publius tun, was Augustus vor elf Jahren getan hat, mit einem besonderen Opfer einen Altarwein. Dieser Altar ist viel bescheidener als der Altar des Friedens, das ist klar, und steht in einer viel dichter bevölkerten Gegend. Er ist nur ein bisschen höher als drei Fuß, also etwa einen Meter, und erhebt sich auf einem flachen Marmorsockel. Grenzsteine stecken ringsum ein Quadrat ab und man kann alle vier Seiten sehen. Ein kleiner Giebel, der zum Gebäude dahinter gehört, wird den teuren weißen Marmor vor der Witterung schützen. Publius Clodius hat die Gelegenheit erkannt, es in der Welt zu etwas zu bringen, als Augustus beschloss, Ordnung ins Chaos von Rom zu tragen, indem er es in 14 Regionen aus 265 Bezirken, den Viki, einteilte. Und sofort hat Publius seine Kampagne begonnen, um zum Bezirksvorsteher an Land zu werden. Gerade hatte er seine Freiheit erkauft, und es ging ihm finanziell relativ gut, weil er immer noch Geld damit verdiente, die Mahl- und Backfabrik seines einstigen Herrn zu überwachen. Ja, er hatte sogar genug gespart, um seine eigene Bäckerei in der Gegend zu eröffnen und seinen politischen Einfluss zu erhöhen, indem er ab und zu umsonst Brot an die Bürger seines Bezirks verteilte. Publius Clodius hat eine Position in der Gesellschaft erreicht, die selbst die kühnsten Träume seiner Sklavenzeit übertrifft. Zusammen mit seinen drei Amtskollegen sorgt er für Ordnung und Sicherheit im Eskuletus-Bezirk. Sie halten ein Auge auf Verkehr, Straftaten und Brände. Und was das Beste ist, sie dürfen das tun, wozu Publius heute unterwegs ist, dem Kaiser opfern. Im Amt eines Vico Magister verschmelzen Religion und Dienst an den Bürgern. Publius und seine Nachbarn sind froh, dass der gute Augustus erkannt hat, wie wichtig die Verehrung der Laren ist. Jahrhundertelang haben auf den Altären für die Laren der Wegkreuzungen, die an Straßenecken stehen, immer Opfergaben gelegen. Fladen, Milch, ab und zu auch ein Ferkel. Alles ganz privat. Jeder weiß, dass diese Zwillingsgötter, die auch jedes Haus beschützen, die Straßen behüten werden, wenn man sie regelmäßig in der richtigen Weise gnädig stimmt. Doch jetzt ist das amtlich und die Laren haben eine neue Eigenschaft. Sie sind nun die Laren des Augustus. Als Publius und die drei anderen Vigo Magistri den Altar bestellten, haben sie den Bildhauer angewiesen, auf die linke und die rechte Seite Bilder der Laren des Augustus zu meißeln. Doch als sich nun die Menge teilt, um Publius den Weg freizumachen, ist es das Bild auf der Vorderseite des Altars, nachdem er scharf Ausschau hält. Jawohl, da steht's. Publius höchstpersönlich mit seinen drei Kollegen, wie sie die Hände über einen Altar strecken. Ein Bild, das dieses Einweihungsopfer in alle Ewigkeit festhalten wird. Jetzt wird niemand Publius je vergessen. Denn wenn auch vielleicht jemand ihn nicht wiedererkennt, dann kann er doch den Namen lesen, der in großen Buchstaben über dem La auf der linken Altarseite steht. Die vier haben eine Münze geworfen, um auszuknobeln, welche beiden ihren Namen auf die Vorderseite gravieren lassen durften, denn zwischen der Zeile, die den Altar den Laren weiht, und der, die das Datum festhält, an dem sie alle Magistri wurden, ist nur Platz für zwei Namen. Und das ist gut so. Statt dass ich sein Name vorn den Platz noch mit dem eines Bezirksvorstehers teilen muss, hat Publius einen Platz für sich. Die Inschrift lautet Publius Clodius, Freigelassener des Publius. Sein Freund Salvius, Freigelassener des Lukius, hat seinen eigenen Platz über dem La auf der rechten Seite. Außerdem zeigt der Altar das besondere Opfer, das die Bezirksvorsteher heute bringen werden. Zusätzlich zu einem Schwein, dem üblichen Opfertier für die Laren, werden sie einen Stier schlachten. Der ist für den Kaiser und das macht das Opfer viel teurer und umständlicher als jene, die Publius zu Hause bringt. Normalerweise bloß Kuchen und Wein, im Höchstfall ein Ferkel. Publius bemerkt, dass der Bildhauer ein bisschen getrickst hat, um alles unterbringen zu können. Er hat die Victimarii, die Männer mit bloßem Oberkörper, die mit den Tieren umgehen und sie töten, aber auch die Tiere selber, viel kleiner gemacht, als sie eigentlich sind. Die Victimarii kauern unten vor dem Altar, damit Publius und die anderen Victo Magistri frei sichtbar sind. Der Victimarius zur Linken, er trägt nur einen Rock, hat den Opferhammer zum Betäuben der Tiere auf der linken Schulter. Er hält das Schwein an einem Strick und scheint wie sein Partner zu knien. Publius hat nichts gegen diese kleine künstlerische Freiheit, schließlich hat sie es dem Bildhauer ermöglicht, die Wichtigkeit der Vico Magistri hochzuspielen und unverzichtbare Details wie die Lorbeerkränze auf ihren Köpfen einzubeziehen. Die vier haben darauf bestanden, dass der Bildhauer ihre Gesichter zeigte, auch wenn er dafür alle vier Bezirksvorsteher dicht um den Altar zusammendrängen musste, wo sie vereint das Opfer darbringen, ihre Togen über die Köpfe gezogen. Publius erkennt sich, links hinter Salvius, der ein Weinopfer aus einer kleinen Schale ausgießt. Er selbst und die anderen beiden Bezirksvorsteher strecken die Hände aus, um eine Prise Weihrauch in die Flammen zu streuen. Zu dumm, dass der Bildhauer nicht genug Platz hatte, alle zwei Leibwächter abzubilden, auf die Publius und seine Kollegen ein Recht haben. Da steht nur einer, da hinten, am linken Rand des Altars. Aber jeder kann ihn erkennen, weil er die Fasskäse trägt. Publius ist hoch zufrieden damit, wie der Altar geworden ist. Bis auf eine Einzelheit. Warum musste der Bildhauer denn den Doppelflötenspieler genau in die Mitte stellen? Und warum ist der so groß? Wichtig für das Opfer ist er ja vielleicht, aber bezahlt hat er nicht dafür. Während ihm das durch den Kopf geht, hört Publius das Pfeifen der Flöten, die ihn aus dem Bild in die Wirklichkeit rufen. Gleich beginnt das Opfer. Kriegstrophäen Ein verewigtes Soldatenleben Thema des Tages Die große Säule auf dem Trajans-Forum ist fertig. Markus Ulpius Theodoros will die Säule unbedingt sehen, denn sie zeigt die beiden Feldzüge gegen die Daker, die so viel von seiner Lebenszeit ausgefüllt und ihm das römische Bürgerrecht eingebracht haben. Als junger Mann mit griechischen Vorfahren verstand er, dass er sein Glück als Auxiliarsoldat in der römischen Armee machen konnte. Er lernte alle Fähigkeiten, die ein römischer Soldat braucht. Marschieren, Brücken, Straßen und Befestigungen bauen, seine Rationen einteilen, die Götter ehren und kämpfen. Gegen Ende des zweiten Feldzuges belohnte der Kaiser Theodoros Kohorte für ihre Tapferkeit und verlieh allen Auxiliarsoldaten das Bürgerrecht. Dazu gab es Geldgeschenke und Beute. So kam es, dass Theodoros es nach der Zerstörung von Samiceke Dusa, der darkischen Hauptstadt, bis nach Rom brachte. Das war eine eindrucksvolle Heimkehr, als die siegreichen Römer die Beute mitschleppten. Silber, Gold und an die 50.000 darkische Sklaven. Kurz nach seiner Ankunft in Rom heiratete Theodoros die hinreißende Salonina, eine frühere Sklavin, die im Haus ihrer Herrin, der reichen Junia Calvina, geboren ist. Sie gründeten eine Familie und heute begleiten ihr sechsjähriger Sohn Gneus Ulpius und die vierjährige Tochter Lucila das Ehepaar, um sich dieses neue große Wunderwerk anzusehen, das den Krieg verherrlicht. Der kleine Gneus hat bei seinen Spielkameraden schon mit ihrem heutigen Ausflug angegeben und dass es da Bilder von dem Krieg gibt, den sein Papa dem Kaiser hat gewinnen helfen. Die kleine Familie mischt sich unter die Massen, die das neue Forum unter einem riesigen Triumphbogen hindurch betreten. Überall gibt es Bilder des Kaisers. Als sie den enormen Platz auf sich wirken lassen und die gewaltigen Kolonnaden betrachten, die ihn einschließen, bemerkt Theodoros die Namen von Legionen und Kohorten, mit denen er zusammen gekämpft hat. Hoch über mindestens acht Fuß, also zweieinhalb Meter hohen Statuen von Darkern. Er liest sie laut vor und stößt dann mit freudiger Überraschung auf seine eigene, die erste Kugerner Kohorte. Langsam kommen sie voran und sammeln Eindrücke. Die Marmorsorten in kräftigen Farben, die von Schilden gerahmten Porträts und die Namen der anderen siegreichen Kohorten und Legionen. Überall erinnert sie der Ausdruck Exmanubis daran, dass es die Beute der Darker Kriege war, mit der diese ganze Pracht bezahlt worden ist. Ehe sie auf die Säule selbst blicken, führt Theodorus seine Familie zur Südportikus, in der auf ganzer Länge, wie er gehört hat, Gemälde alle Szenen wiedergeben, die in die Trajanssäule gemeißelt sind. So werden sie auch alle Details sehen können, die weit oben auf der Säule angebracht sind. Da sieht man, wie die Armee auf der großen Brücke, die Apollodorus von Damaskus gebaut hat, die Donau überquert, und da ist auch die eindrucksvolle Szene, die Theodorus und alle anderen damals für das Ende des Krieges hielten. Als Dekebalus, der darkische Anführer, seine Unterwerfung vor dem Kaiser und dessen Armee vollzog, womit der erste Feldzug endete. Der kleine Gneus bekommt rasch heraus, wer der Kaiser ist, unverkennbar in seinem vergoldeten Brustpanzer, wie er Szene für Szene die Soldaten durch den Krieg steuert. Dort führt er die Truppen über die Donaubrücke, gibt ihnen Anweisungen, empfängt Abordnungen der Barbaren und bereitet vor allem sein Heer auf den Kampf vor, indem er sorgfältig die Opfer an die Götter vollzieht und dann zu den Truppen spricht. Sehr gut, erinnert sich Theodorus an diese Reden und den Mut, den sie in ihnen weckten. Dann kommen die Schlachtszenen, voller Details, die die Unterschiede zwischen den Kämpfenden klar herausstreichen. Von Trajan selbst bis zu den wildesten Auxiliaren, die mit ihren angestammten Waffen kämpfen. Auch die Unterschiede bei den Darkern sind deutlich. Ihre Anführer tragen Turbane, während die Krieger zottige Haare und Bärte haben. Und ebenso klar hervorgehoben wie Trajan ist sein großer Gegenspieler, die Kebanus. Jetzt ist es Zeit, sich die Säule selbst anzusehen. Sie bahnen sich ihren Weg, die Stufen der gewaltigen Basilika hinauf, die nach Trajans Familie Basilika Ulpia heißt. Salonina erinnert ihren Sohn daran, dass er seinen eigenen Familiennamen zu ihren Trajans trägt. Aus der Riesenhöhle der Basilika begeben sie sich auf den kleinen Platz dahinter, wo die Säule zwischen den beiden Bibliotheken aufragt. Nun gibt es viel verrenkte Hälse und zusammengekniffene Augen, als Theodoros und seine Familie die Windungen bis zur Spitze nachzuverfolgen suchen. Ein Ding der Unmöglichkeit, wie sie bald feststellen. Sie bemerken aber auch, dass die Bildhauer eine weitere Methode verwendet haben, um die Haupthandlung klarzumachen. Sie wiederholen eine Abfolge von Standardszenen. Die Römer marschieren, bauen ein Lager, empfangen darkische Gesandte und rüsten dann zur Schlacht. Jede Schlacht beginnt mit einem feierlichen Opfer Trajans, dann seine Ansprache an die versammelten Truppen. Gneus fängt als erster mit einem lustigen Spiel an. Er nennt es Such den Kaiser und Lukila erfindet noch eins. Such den Dekebalus. Sie alle merken, dass es nicht schwer ist, jeden der beiden aufzuspüren, solange man die Augen immer auf und nieder bewegt, statt den Windungen von links nach rechts zu folgen versucht. Theodoros sind derweil darüber nach, wie viel Glück er gehabt hat, auf dem langen, gefährlichen Weg hin zu diesem Glücksmoment. Arbeitswelt Das Kleidergeschäft des Verikundus und der Lollia Markus Vikilius Verikundus und seine Frau Lollia schließen gerade ihr großes Bekleidungsgeschäft an der wichtigsten Straße von Pompeji auf. Vor Jahren haben sie verschiedene Webereien und Tuchverarbeitende Geschäfte betrieben, so wie Asiaticus. Aber jetzt überlassen sie die schwere Arbeit anderen, darunter viele Sklaven oder freigelassene Klienten wie Asiaticus und verkaufen die Endprodukte in ihrem wohlsortierten Geschäft. Tuch und Kleider jeglicher Art, von feinen ägyptischen Leinentuniken mit Goldstickerei bis zu Regenmänteln aus schwerem Filz mit Kapuze. Vor wenigen Jahren hat Verikundus die Dienste von Spurius Italicus in Anspruch genommen, um die Fassade ihres neuen Geschäftes zu dekorieren. Das erwies sich als komplizierte Angelegenheit, aber schließlich haben sich die Kosten doch bezahlt gemacht. Am Ende einigten sie sich darauf, sowohl den Göttern einen Ehrenplatz zu lassen, denn sie wollten ja Glück haben, aber auch Verikundus samt Lollia bei der Arbeit zu zeigen. Um das große Warensortiment hervorzuheben, beschlossen sie, zwei unterschiedliche Herstellungsarten zu zeigen. Ein Bild vom Wollekämmen und eins vom Filzen. Es ist eine ausgefallene Mischung, aber sie lockt neugierige Kunden in den Laden. Der Volltreffer ist vielleicht das schöne große Bild von Pompejis Schutzgöttin, Venus Pompejana, auf ihrem Wagen den Elefanten ziehen, eingerahmt von der Göttin Fortuna links und Verikundus Genius rechts. Das ist die perfekte Mischung aus Frömmigkeit und Geschäft. Und um klarzustellen, wer für die geschäftliche Seite der Sache verantwortlich ist, steht Verikundus Genius, dessen Kopf für das Opfer bedeckt ist, genau über dem Bild des richtigen Verikundus im kleinen Fries darunter. Besonders mag Verikundus das Porträt, das Spurius von ihm gemalt hat. Nicht so ein ödes, förmliches Ding, sondern der Inbegriff eines Ladenbesitzers bei der Arbeit, wie er einen feinen braunen Stoff mit purpurnen Zierstreifen hochhält. Damit auch jeder weiß, wer er ist, steht sein Name in deutlichen Buchstaben darunter. Verikundus Lolia ist froh, dass sie einen eigenen Platz hat auf dem schmaleren Pfeiler links von der Tür. Und da sitzt sie im Zentrum des Geschehens hinter einem hohen Tisch in ihrem blauen Lieblingskapuzenmantel, einen Schuh in jeder Hand, denn zu den Spezialitäten des Ladens gehören derbe wasserfeste Filzschuhe. Um mehr Waren zeigen zu können, hat Spurius seinen zweiten Tisch gemalt, der in den Vordergrund ragt, darauf eine Glasvase, vier Schuhe, sowie rote und gelbe Tuchballen auf beiden Seiten. Aber das schickste Detail, das Spurius eingebaut hat, ist ein Kunde, der auf einer schönen Holzbank sitzt und einen ihrer exklusiven blauen Kapuzenmäntel vorführt, indem er sich gestikulierend zu Lollia dreht. Natürlich ist Lollias Bild kleiner als das des Merkur. Man wird doch nicht den Gott des Handels verstimmen wollen. Spurius hat den Gott in die Portikus eines hübschen Tempels gestellt, vollständig bekleidet, in einer Hand seinen Stab und in der anderen den Geldbeutel. Die Flügel auf seinem Hut und an seinen Schuhen verheißen Eile beim Einfahren des Profits für den Laden der Eheleute. Wenn Lollias Freundinnen und Kunden auch oft ein Wort über Spurius schöne Darstellung ihrer Ladentheke verlieren, was sie stehen bleiben und hinschauen lässt, ist die Abbildung der Filzmacher. Nur wenige Pompejaner haben sie schon einmal ins heiße, übel riechende Innere einer Filzwerkstatt gewagt. Darum spekulieren die Leute darüber, was die vierstämmigen Männer, spärlich mit einem knappen Schurz bekleidet, wohl tun, indem sie lange weiße Strähnen auf einem doppelten Becken in Tränenform, das auf Holzböcken ruht, kneten. Nun, sie filzen, sie verdichten Wolle und Tierhaare zu einer festen zusammenhängenden Masse, indem sie heißen Leim in die Fasern einarbeiten. Um dieser fesselnden Szene aus der Schwerindustrie etwas entgegenzustellen, hat Spurius den Rest des Frieses mit drei fast identischen Bildern von Wollkämmern gefüllt. Jeder sitzt vor einem niedrigen Chemtisch, auf dem zwei große Kämme hintereinander angebracht sind. Ihre Aufgabe ist es, die Rohwolle zum Spinnen vorzubereiten, indem sie sie durch die Kämme ziehen und von Knoten und Verunreinigungen säubern. Spurius hätte zwar auch andere Schritte der Wollverarbeitung und Weberei abbilden können, aber die drei Kämmer passen sehr schön in den beschränkten Raum und zeigen, worum es im Laden des Ehepaars geht. Ein Mittelsmann sitzt ganz oben. Es ist ein heißer Julimorgen und Publius Aufidius Fortis hat einen vollen Arbeitstag vor sich. Gestern Abend sind drei seiner riesigen Kornschiffe im Trajanshafen von Portos gelandet und er muss ihre Ladung gelöscht bekommen. Die großen Schiffe, jedes fast 1000 Tonnen, können den Weizen nicht unmittelbar nach Rom bringen und dort entladen, denn der Tiber ist zu schlammig, reißend und gewunden. Fortis muss kleinere Boote chartern, um die Fracht im Hafen auszuladen und sie in seinen großen Speicher in Ostia zu bringen, wo sie sicher aufgehoben ist, während er ihren Endverkauf und Transport nach Rom regelt. Gestern erst hat er seinen Freund Publius Peregrinus, Präfekt der Getreideversorgung für Rom, aufgesucht, ihn wissen lassen, dass diese gewaltige Lieferung unterwegs ist und den Preis angedeutet, den er dafür haben will. Eine Stadt mit über einer Million Menschen zu ernähren, von denen Hunderttausende kaiserliche Getreide, Öl- und Geldspenden erhalten, ist eine Riesenaufgabe. Und Fortis erzielt mit diesem Geschäft, so riskant es manchmal auch ist, enorme Profite. Diesmal sind seine Schiffe durchgekommen, dank des ruhigen Wetters und ihrer fähigen Besatzungen. Jetzt ab nach Rom mit dem Korn, ohne dass Fäulnis, Feuer oder Diebe drankommen. Niemand in Ostia hat dazu bessere Voraussetzungen als Fortis. Der Kornhandel hat ihn sein Leben lang begleitet. Er ist der wichtigste Getreidehändler von Ostia und Mitglied auf Lebenszeit in der Kornhändler-Gilde. Seine Familie hat Verbindungen nach Hipporegius in Afrika, einem der wichtigsten nordafrikanischen Häfen für Getreide. Fortis ist im Lauf seiner Karriere oft dorthin gereist, um den Ankauf und die Verschiffung von Weizen zu regeln. Und schließlich hat Hipporegius ihn zum Mitglied des dortigen Stadtrats gemacht. Nicht weniger bedeutend ist er in Ostia, wo er zum Duom Wir, zum obersten Beamten der Stadt gewählt worden ist und inzwischen die Ehre hat, Patron der Stadt zu sein. Und vor kurzem haben die Kornmesser ihn zum Patron ihrer Gilde ernannt. Fortis beschließt, es mit dem Empfang seiner Klienten heute Morgen kurz zu machen. Mit zwei Ausnahmen. Seine früheren Sklaven Publius Aufidius Faustianus und Publius Aufidius Epictetus. Fortis hat beide gründlich im Kornhandel ausgebildet und dafür gesorgt, dass auch sie Ämter in der Kornhändler Gilde bekamen. Er hat sie beim Aufbau ihrer eigenen bescheideneren Handelshäuser unterstützt und sie sind die richtigen Leute, um seine Fracht sicher gelöscht und in den Speicher zu bekommen. Außerdem können sie mit den Flussschiffern die besten Preise aushandeln, damit das Korn aus Fortis Speichern nach Rom kommt. Also abgemacht. Faustianus und Epictetus wollen sofort für Entladung und Speicherung der 3000 Tonnen afrikanischen Weizens sorgen. Frauen bei der Arbeit Primigenia ist klar im Vorteil gegenüber Fortunata und Eutychel, die sich jeden Tag im Brunnenbild ihrer Walkerei sehen konnten und sogar gegenüber Lollia, die im Gemälde auf der Fassade ihres Kleidergeschäftes die Hauptrolle spielte. Weder ist sie eine Sklavin wie die Arbeiterin in der Walkerei noch bloß die Frau des eigentlichen Besitzers wie Lollia. Primigenia gehört ein eigenes Lebensmittelgeschäft. Zwar Zwar ist sie als Sklavin im Haus ihrer Herren Claudia Quinter geboren, aber Primigenias einnehmendes Wesen und Geschäftstüchtigkeit brachten sie bald an die Spitze mehrerer Betriebe von Quinter, darunter der Laden, der ihr jetzt gehört. Sie hat sich die Freiheit und ihre kleine Existenz erkauft. Jeden Morgen steht Primigenia zeitig auf, damit sie sich auf einem der Märkte vor den Stadttoren mit den Bauern dagegen treffen kann. Sie sucht frische Waren, Geflügel, Hasen und manchmal auch Schnecken aus und befüllt damit ihren Laden. Ihre rechte Hand ist ein Sklave, Felix, der durch Muskelkraft ersetzt, was ihm an Verstand abgeht. Primigenia kümmert sich um die Buchführung, Felix, um den Transport und die Auslieferung. Als der Laden ins Laufen gekommen war, hat Primigenia den Bildhauer Ephesius ein elegantes Schild meißeln lassen, das anpreist, was sie zu verkaufen hat und nebenbei sie ihren Affen und Felix verewigt. Es ist der Abend des selben Tages und Skribonia Attike hat es eilig. Sie hat gerade vom Blasensprung einer Patientin gehört. Es ist Sekunda, die jüngere Tochter von Publius auf Fidius Epictetus, dem Kornhändler. Skribonia ist Ostjas beste Hebamme. Wie ihr Mann Markus Ulpius Amerimnus ist sie Griechin und hat beim großen Soranus in Ephesus Medizin studiert. Anders als viele Ärzte sind sowohl Skribonia als auch ihr Mann freigeboren. Die meisten Ärzte, Begabte und weniger Begabte, sind in Griechenland geschulte Sklaven und werden von reichen Römern gekauft, um für deren Gesundheit zu sorgen. Oder aber, es handelt sich um ehemalige Feldchirurgen. Es waren Soranos gynäkologische Fachschriften, die Ginaikea, das beste Werk zur Frauenheilkunde, die Skribonia zu ihrem Spezialgebiet Geburtshilfe geführt haben. Skribonia hat Sekunda schon mehrere Male untersucht und erwartet mit einiger Sicherheit eine leichte Geburt, obwohl es Sekundas erste ist. Soranos Anweisungen gemäß hat Skribonia die Familie gebeten, ein ruhiges Zimmer für die Entbindung mit zwei Betten auszustatten, einem festen, auf dem sich Sekunda vor der Geburt ausstrecken kann und einem weicheren zum Ausruhen danach. Am wichtigsten ist der Gebärstuhl mit seiner halbkreisförmigen Öffnung im Sitz und zwei festen Handgriffen an den Seiten. Skribonia hat dafür gesorgt, dass alles Nötige bereitliegen wird, heiße Umschläge, Olivenöl, weiche Schwämme, Tücher und ein Kissen, auf das sie das Baby gleich nach der Geburt legen wird. Drei erfahrene Frauen werden ihr assistieren. Skribonia hat Sekundas ehemaliges Kindermädchen, eine weitere bewährte Sklavin des Hauses und ihre eigene Gehilfin Merina ausgesucht. Die drei werden Sekunda beruhigen helfen und sie später während der Wehen im Gebärstuhl festhalten. Skribonia erreicht das Haus von Sekunda und ihrem Mann Lucius Kekilius Aprilis einem Kornhändler aus Katargo. Nach etwa einer Stunde wird es Zeit, dass Skribonia ihren Platz zu Sekundas Füßen auf einem Hocker einnimmt, von wo aus sie ihr mit ruhiger Stimme Anweisungen gibt, während die drei Helferinnen Sekunda umklammern. Sobald es Zeit ist, ölt Skribonia ihre Hände mit warmen Olivenöl ein und schiebt einen Finger der linken Hand in den Geburtskanal, um ihn zu erweitern. Als die Wehen stärker und schmerzhafter werden, schärft Skribonia Sekunda ein, ihren Atem zu sparen und nicht zu schreien, sondern sich den Wehen anzupassen und sie zu unterstützen. Im Augenblick der stärksten Erweiterung zieht Skribonia geschickt das Baby ins Freie, während die Helferinnen auf beiden Seiten sanft von oben nach unten auf Sekundas Bauch drücken. Skribonia legt einen gesunden, laut schreienden Jungen auf das große, stoffbedeckte Kissen. Theater und Arena Markus Holconius Rufus Für ganz Pompeji, sogar für die Sklaven, ist heute ein Feiertag. Und das verdanken sie Markus Holconius Rufus. Der ganze Tag wird dem Theater gewidmet sein, Komödien und Tragödien, die unterhaltsame Schauspieler aus Neapel aufführen. Am Abend wird der berühmteste Pantomime Roms auftreten, der Liebling von Kaiser Augustus persönlich. All das hat Markus Holconius Rufus bezahlt. Ist meine Pflicht, denkt er, als er aufsteht und seine beste Toga anlegt. Meine Pflicht und meine Last, rutscht es ihm beinahe heraus, wenn er sich ins Gedächtnis ruft, wie viel das alles gekostet hat. Nicht nur der Tag im Theater, auch die Renovierung, für die er und sein Bruder Markus Holconius Keler gezahlt haben. Aber so soll und muss eben ein richtiger Decurio, ein Stadtrat, handeln. Ausgeben, was er kann, um seiner Familie Ehre zu erwerben und die Holconii zur ersten Familie von Pompeji zu machen. Während er sich zum Theater begibt, umgeben von den amtlichen Leibwächtern, den Liktoren, die sein Amt als oberster Beamter der Stadt mit sich bringt, erinnert sich Rufus daran, wie das alte Theater vor Beginn der Arbeiten ausgesehen hat. Der Form nach war es zwar römisch, aber mit rohen Holzbänken, einem schäbigen Bühnengebäude und niedrigen Tribünen. Rufus und Keler haben das Theater in ein Wunder aus Marmor verwandelt. Natürlich bewegt sich das hier in viel bescheidenerem Rahmen als alles, was es in Rom so gibt, aber Augustus hat es bemerkt. Und Rufus, samt der Familie der Holconii belohnt. Vor vier Jahren hat der Kaiser ihn zum Augustuspriester gemacht. Rufus erreicht das Theater. Er steigt auf die rechte Seitentribüne und das gerade, als sein Bruder Keler auf die Linke steigt. Die Menge jubelt. Auf Rufus wartet eine besondere Überraschung. Mehrere städtische Beamte enthüllen ein Denkmal für ihn, das gleich über einer der Sitzreihen für die Dekorionen steht. Eine Sella Kurulis, der Amtsstuhl, auf dem ein Magistrat sitzt. Einer seiner Lektoren überreicht Rufus eine Schriftrolle mit dem Text der Inschrift, die da lautet, Auf Beschluss der Dekorionen für Markus Holconius Rufus, Sohn des Markus, fünfmal du um wir für die Rechtsprechung, zweimal städtischer du um wir, Militärtribun durch Wahl des Volkes, Priester des Augustus und Patron der Kolonie. Die Dekorionen hätten in diesem Moment kein schmeichelhafteres Denkmal enthüllen können. Angesichts all der Aufmerksamkeit für ihn, ist Rufus froh, dass er dafür gesorgt hat, dass auch die Rolle seines Bruders bei der Renovierung und Aufwertung des Theaters festgehalten ist. Über den Seiteneingängen befinden sich zwei identische Inschriften mit dem Wortlaut Markus Holconius Rufus und Markus Holconius Kehler erbauten die abgesenkte Portikus, die Tribünen und das Theater von ihrem eigenen Geld. Aber dabei soll es nicht bleiben. Rufus und Kehler haben gerade erst mehrere Bildhauer engagiert, die das neue Bühnengebäude mit Statuen des Kaisers, seiner Frau Livia und der wichtigsten Familienmitglieder schmücken sollen. Rufus hofft, dass die Dekorionen darauf bestehen werden, auch seine und vielleicht noch Kehlers Statue in das Bühnengebäude zu setzen. Jetzt wird jeder, der ins Theater geht, die Familie der Holconii mit dem Kaiser und dessen Familie verbinden. So werden sie sicher die erste Familie von Pompeji bleiben. Erinnerungen an den Aufruhrer Numerius Popidius Socessus, Freigelassener des Numerius, sieht mit hämischer Freude zu, während sein Freund, der Maler Fabius, für Socessus kleinen Garten ein ungewöhnliches neues Bild kreiert. Es ist ein Geheimnis, von dem nur seine Freunde wissen dürfen, denn das Bild zeigt, was für viele ein schwarzer Tag in der Geschichte von Pompeji ist. Socessus und seine Freunde, alle Mitglieder eines inzwischen verbotenen Gladiatoren-Fanclubs, der Kampagner, reden immer noch mit nur mühsam gedämpfter Stimme darüber, wenn sie sich auf der Straße treffen. Heute Abend werden sie in der Zurückgezogenheit von Socessus Haus eine Gedenkfeier mit Abendessen und Wein abhalten. Außer verschiedenen Mitgliedern der Kampagner wird, das ist die Krönung, Severus anwesend sein, einer der berühmtesten Gladiatoren von Pompeji. Er hat in seiner glänzenden Karriere 55 Kämpfe gewonnen und sich die Freiheit verdient. Der Vorfall liegt beinahe fünf Jahre zurück. Seit fast 200 Jahren waren die Einwohner von Nukeria zu den Spielen nach Pompeji gekommen, denn Pompeji kann stolz von sich behaupten, das größte und älteste Amphitheater der Region zu besitzen. Doch die Beziehungen zwischen beiden Städten waren mehr und mehr gespannt, vor allem seit Nukeria sich das Gebiet bei Stavie geschnappt hatte, das Pompeji als Acker- und Weideland brauchte. Es war höchste Zeit, dass die einfachen Leute aus Pompeji ihren großkotzigen Nachbarn eine Lektion erteilten. Und als Livineus Regulus, ein Ex-Senator aus Rom, einen großen Spieltag ankündigte, um sein Prestige in Pompeji zu erhöhen, setzten sich die Kampagner und ein paar andere Gladiatoren- Clubs zusammen und schmiedeten Rachepläne. Hauptsächlich blieb es beim Gerede, aber am Ende einigten sie sich, die Nukerianer durch Beschimpfungen zu demütigen. Während der Tierhetzen am Morgen würde jedes Tier ein Nukerianer sein. Das Wildschwein aus Nukeria, der Nukerianische Strauß, das Nukerianer-Kamel. Kaum versteckt unter diesen Sticheleien aber, so Kessus wusste das, lag echte, mörderische Wut. Und er wusste auch, dass zumindest die Kampagner durchweg bewaffnet ins Amphitheater kommen würden. So brauchte es eben nicht lang, bis aus den Beschimpfungen Steinwürfe wurden, aus den Steinwürfen Schlägereien und aus den Schlägereien Schwertkämpfe. Aus den Spielen wurde an diesem Tag nicht viel. Die Jäger flüchteten aus der Arena und trieben die wenigen noch nicht erlegten Tiere in Käfige. Das Mittagsprogramm, die Hinrichtung verurteilter Verbrecher, fand an diesem Tag nicht statt. Die Toten waren die Opfer blutiger Kämpfe, die überall von den Sitzrängen bis hinunter in die Arena ausbrachen und sich in die Umgebung des Amphitheaters ausbreiteten. Die großen Verlierer waren die Nukerianer, unvorbereitet, wie sie waren. Als schließlich alles vorbei war, hatten Sokesus und seine Freunde mehr Blut und verstümmelte Leichen gesehen, als je nach einem Spiel. Sokesus erinnert sich an eine Kritzelei, an einem Haus irgendwo am Forum, die sich an seinen eigenen Club richtete. Kampaner, ihr habt gesiegt, aber seid zusammen mit den Nukerianern gestorben. Kein Wunder, dass der Senat in Rom eingriff. Auf Befehl Kaiser Neros. Der Prozess verlief schnell und mit eindeutigen Ergebnissen. Livineus und einige der schlimmsten Täter wurden mit Verbannung an die Grenzen des Reiches bestraft. Zehn Jahre lang sollte es keine Spiele geben dürfen. Und schlimmer noch, alle Fanclubs wurden auf ewig aufgelöst. Schrecklich war das. Die Spiele waren das einzige gewesen, wofür sich das Leben in Pompeji lohnte. Aber jetzt nach fünf Jahren sieht es so aus, als könnte es wieder welche geben. Im Stadtrat sind Stimmen laut geworden, man könnte sich um einen kaiserlichen Gnadenakt bemühen. Die Spiele könnten nächstes Jahr neu beginnen. Natürlich mit scharfen Waffenkontrollen an den Eingängen und Sicherheitskräften, damit es keine Krawalle mehr gibt. Das sicherste Zeichen, dass das Verbot inoffiziell aufgehoben ist, sind die Reparaturarbeiten, die am Amphitheater eben vom letzten Februar beheben sollen. So Kessus selbst hat sein ummauertes Gärtchen reparieren müssen und dabei hat er sich entschieden, Fabius das große Bild vom Aufruhr malen zu lassen. Es geht aufwärts für die Spiele in Pompeji. Kneipengänge und Abendgesellschaften Die Taverne des Salvius Wir schreiben das Jahr 70 nach Christus und das Leben in Pompeji ist beinahe wieder normal. Obwohl viele große Gebäude immer noch in Trümmern liegen und auf die Reparatur warten, sind Primus und Sekundus zufrieden mit ihrem neuen Leben als freigelassene Sklaven. Sie beide sind Freigelassene der Vibia, der Frau des steinreichen Decurius Gnaeus Aleus Nigidius Marius. Primus und Sekundus sind schon seit Jahren ein Liebespaar. Primus hat für Nigidius mit der Verwaltung von dessen Immobilien viel Geld verdient. Im Augenblick ist er zuständig für die Vermietung von Wohnungen in dem riesigen Mietshaus nordwestlich des Forums, das Nigidius von Arius Polio gekauft hat. Sekundus war der geschätzte Leibsklave Vibias. Inzwischen hat er es aufgegeben, persönlich Vibias Frisur, Perücken, Kleider oder Make-up in Form zu bringen. Er dirigiert bloß die armen Sklavinnen, die jede einzelne Locke in Position befördern und sie schminken müssen, bis sie wie Aphrodite selbst aussieht. Oder wie einige Leute meinen, eher wie eine billige Hure. Es ist ein Feiertag, ein Tag mit großen Theateraufführungen. Jetzt wird es Zeit für die beiden, ihr Lieblingslokal zu besuchen, Salvius Taverne beim Haus der Wehtier. Aber irgendetwas stimmt nicht, spüren sie, als sie eintreten. Alle Blicke folgen ihnen, die sämtlicher Stammgäste und dazu eine Menge neuer Gesichter. Wo steckt Salvius? Wo ist diese missgelaunte Kellnerin, die sich Amazonia nennt? Alles beginnt zu kichern. Dann bricht das Gelächter los. Primus Blick streift die Wand und er bemerkt, dass sie frisch bemalt ist. Vier Bilder nebeneinander. Gute Götter, das sind ja Sekundus und er abgebildet, wie sie Amazonia dazu bewegen wollen, ihnen einen Krug Wein zu bringen. Sekundus sieht so fort, dass der Künstler, so bescheiden seine Fähigkeiten sind, zumindest ihre Frisur richtig hinbekommen hat. Lange Haare, die in einer Art Dutt zusammengefasst sind. Und es stimmt schon, dass sie ihre Tuniken etwas zu lang tragen. Unglaublich. Der Mann hat ja sogar die Farbe von Sekundus' Lieblingstunika mitgekriegt. Ganz abgesehen von Amazonia. Dieses Weib ist gut doppelt so groß wie sie und wirkt gar doppelt so stark. Sie könnte jeden von ihnen mit einer Hand zerquetschen. Ihre Lieblingswaffe aber ist der Sarkasmus. Salvius, all ihre Freunde und sogar Amazonia scharen sich jetzt dicht um sie. Primus und Sekundus, insgeheim geschmeichelt wegen der ganzen Aufmerksamkeit, fassen sich an der Hand, setzen sich und bekommen von Amazonia einen vollen Krug Wein. Der geht aufs Haus. Die Taverne der Sieben Weisen Gamus, ein Zähler aus der Gilde der Kornmesser und sein Freund, der stämmige Hafenarbeiter Epaphroditus, beschließen einen Schluck in seiner Lieblingskneipe zu trinken. Beide Männer haben den ganzen Tag über hart gearbeitet, Überstunden gemacht. Die Sieben Weisen liegen im neuen Bezirk, nicht weit vom Vereinshaus der Kornmesser entfernt. Gamus und Epaphroditus gehen die schmale Gasse entlang und finden gleich den Eingang, denn eine Menge Kunden lungert an der Tür herum, die Becher in der Hand. Epaphroditus ist beeindruckt. Die Taverne ist viel größer, als er gedacht hätte. Die Decke im ersten Raum hat ein hohes Tonnengewölbe und dahinter kann er undeutlich zwei weitere Räume dieser Art erkennen. Keine Frage, dies ist ein Platz zum Weintrinken. Als Epaphroditus aufblickt, sieht er sogar, dass ein Künstler das Deckengewölbe in eine Art Weinhimmel verwandelt hat, bemalt mit Weinamphoren, so wie die, die er oft auslädt. Die Amphoren stehen aufrecht in drei Füßen und sind beschriftet. Epaphroditus kann nicht besonders gut lesen, also fragt er Gamus, der ihm versichert, dass er diese Weine heute Nacht nicht probieren wird. Auf einem Etikett steht Falernum, ein sehr teurer Wein aus Kampagnen. Darunter befinden sich mehr Amphorenbilder, dann folgt eine Reihe feinaussehender Männer, die auf vierbeinigen Hockern sitzen. Einige halten Schriftrollen, andere lange Stäbe. Über ihren Köpfen steht etwas auf Latein und dann noch zwei Wörter in griechischen Buchstaben auf beiden Seiten der Hocker. Epaphroditus lächelt. Dann muss er lachen. Der Künstler hat eine Latrine an die Wände gemalt, auf der Seite an Seite mindestens 20 Männer sitzen und unbekümmert quatschen, während sie sich erleichtern. Aber über ihren Köpfen steht eine Menge geschrieben. Wieder wendet er sich an seinen schlauen Freund Gamos, der ihm helfen soll. Gamos, dessen Eltern ihm beigebracht haben, wie man Latein und Griechisch liest und schreibt, führt sein Talent mit Vergnügen vor. Zuerst liest er die griechischen Aufschriften zu beiden Seiten der Sitzenden. Solon von Athen, Thales von Milit, Chilon von Sparta und so weiter. Dabei klärt er Epaphroditus darüber auf, dass das die sieben Weisen sind. Richtig. Epaphroditus erinnert sich nun, dass er ähnliche Statuen im Lesesaal der Forumsthermen von Ostia gesehen hat. Er drängt Gamos, ihm vorzulesen und mit todernster Miene rezitiert Gamos. Thales riet denen, die hart kacken, sich gefälligst anzustrengen. Jetzt muss Gamos alle Weisheiten der Weisen vorlesen. Jeder einzelne ist ein Kommentar über den Stuhlgang. Alle so witzig geschrieben, dass sie wie hohe Dichtung klingen. Die Sprechzeilen bei den Bildern der Männer auf der Latrine sind bestimmt keine Poesie. Ganz im Gegenteil. Das ist die Art von Worten, die man wirklich hören kann, wenn man mal muss. Das Diné der Vettius-Brüder Aulus Vettius Restitutus und sein Bruder Aulus Vettius Conviva unterhalten sich mit Sojakus, ihrem Koch, den ein gutes Dutzend Sklaven umringt. Heute Abend werden sie ein Essen zu Ehren von Gneus Helvius Sabinus ausrichten, der für das Amt des Edils kandidiert. Auch seine Frau Cassia wird anwesend sein. Falls Sabinus gewählt wird, könnte er bei einigen Projekten der Brüder behilflich sein. Zu den anderen Gästen gehören Lucius, Kekilius, Jokundus und seine Frau Fabia. Weil es heute warm ist und nur die herkömmlichen neuen Teilnehmer anwesend sein werden, entscheiden sich die Brüder ihre drei besten Speisesofas aus Bronze und Holz im Ixion-Zimmer aufstellen zu lassen. Die farbenreichen, üppigen Architekturansichten mögen sie besonders gern und die drei großen Mittelbilder werden am Abend für einen Teil des Gesprächsstoffs sorgen. Conviva, der Bildungsbeflissenere der beiden Brüder, nimmt sich vor, noch die Themen der Bilder nachzuschlagen, damit er in der Unterhaltung die Stichworte liefern kann. Wenn die Gäste eintreffen, werden die Brüder und ihre Frauen sie empfangen. Dann werden Kastor und Pollux, die zwei hübschesten griechischen Sklaven der Brüder, den Besuchern symbolisch die Füße waschen, ehe sie ihre Plätze auf den Sofas einnehmen. Für diesen besonderen Anlass haben Restitutus und Conviva ihr silbernes Servis und mehrere antike Stücke ergänzt und Helvius Sabinus wird hoffentlich die schönen Kristallkelche bemerken, die sie erst kürzlich für eine Unsumme gekauft haben. Ganz Pompeji weiß, dass Sabinus ein großer Sammler ist. Wochen der Planung haben dem Koch ein paar neue graue Haare wachsen lassen, doch jetzt ist er sicher, dass sein Diner den Gästen imponieren wird. Der Vorspeisengang wird mit Salatvariationen beginnen, sowie mit wilder Minze. Dann gibt es eine Abfolge zarter Gemüse, junger Lauch, Rauke, Kürbisdunkle und helle Radieschen, aromatisiert mit einer Auswahl der besten Fischsoßen von Pompeji. Im Anschluss serviert er Eier von Huhn, Fasan und Wachtel, auf jeweils unterschiedlicher Art zubereitet, gefolgt von Sardellen mit einer Garnitur aus hartgekochten Eiern und Austern. Diesen Gang begleitet nur ein schwerer Honigwein. Suryakus, der Koch, ist besonders begeistert vom ersten Gericht des ersten Gangs, Wildschwein aus Lucanien. Er hat eine besondere Methode entwickelt, um es zart zu bekommen. Erst mariniert er es in Salzlake, dann wird es gekocht. Zur Abrundung wird er die aufgeschnittenen Stücke leicht grillen und mit Schalotten und dicken Bohnen garnieren. Das zweite Gericht ist einfacher, aber elegant. Gepökelte Sauäuter mit Thunfischsoße. Dazu ein leichter Roter aus Sentinum, fünf Jahre alt. Der zweite Gang ist nicht so mächtig. Auf den ersten Serviertellern werden winzige und große Vögel liegen, von Spatzen bis hin zu Amseln und Tauben. Es gibt Leberpastete von einer mit Feigen gemästeten Stopfgans. Als Meeresfrüchte, Fisch, Muscheln und Weichtiere, dann Scholle, Steinbutt und zuletzt Aal mit Seeigeln. Zu diesem Gang servieren die Vettii, einen gehaltvollen zehnjährigen Rotwein von der griechischen Insel Kos. Als Nachtisch erscheint, wenn die Diener neue Tischtücher aufgelegt und den Boden gefegt haben, Syriakos berühmter Honigpudding, gefüllt mit Dörrobst und gehackten Nüssen. Reichlich frisches Obst und Kleingebäck gibt es auch. Ein kulinarisches Meisterstück wird es sein, von Anfang bis Ende, vom Ei bis zum Apfel, wie die Römer gern sagen. Restitutos und Conviva haben allerdings etwas Sorge wegen des Trinkgelages, das sich anschließen wird, denn sie müssen sicherstellen, dass sie den richtigen Gast zum Zeremonienmeister wählen. Der wird Verantwortung tragen für die ausgebrachten Toasts, sowie für das Unterhaltungsprogramm. Vor allem aber überwachen, wie stark der Wein gemischt wird. Niemand, vor allem nicht ihr trinkfreudiger Freund Jokundus, soll zu schnell betrunken werden, sonst ist das Fest ruiniert. Es könnte Streit geben, oder schlimmer noch, sexuelle Anzüglichkeiten. Die Brüder beschließen ganz beruhigt, ihrem Ehrengast Sabinus diese Aufgabe anvertrauen zu können. Für heute Abend haben sie außerdem entschieden, auf die üblichen Unterhaltungskünstler, die Mimen, Jongleure und Tänzerinnen zugunsten von intellektuelleren Einlagen zu verzichten. Der griechisch Lehrer ihrer Söhne, Askyltos, wird sein neues Gedicht Ariadnes Klage vorlesen, das als Reaktion auf die Gemälde im Ixionzimmer entstanden ist. Diese Bilder fassen eine Schlüsselszene in der Geschichte des fernen Kreta zusammen. Askyltos hat schon eingeplant, wie er sich bei den letzten Versen mit einer dramatischen Geste zu dem Bild hinwenden will, das die Rettung der verlassenen Ariadne durch Dionysos zeigt. Das ist der perfekte Abschluss und der passende Moment, noch einmal auf den Erlöser-Gott die Becher zu erheben. Es verspricht, ein perfektes Gelage zu werden. Ruhm und Nachruhm Das Recht auf ein öffentliches Gesicht Lukius Kekilius Jokundus ist eilig vom Haus seines Freundes Aulus Vethius Restitutus zurückgekehrt, denn es ist Zeit, dass er den Klienten sein eigenes Haus öffnet. Jokundus ist stolz auf seinen guten Geschmack bei der Ausmalung des Familiensitzes. Atrium und Tablinum haben noch ihre ursprünglichen Böden und Wandmalereien im raffinierten Stil aus der Zeit von Kaiser Augustus. Er selbst hat natürlich den Glanz vermehrt, hat erst vor kurzem das Nachbarhaus hinzugefügt und die Räume rund um den hinteren Garten, die vom Erdbeben beschädigt waren, renovieren lassen. Er hat den Wildhauer Heraklios sogar ein Relief als Schmuck für sein großes Lararium meißeln lassen, das die Schäden zeigt. Jeden Morgen, wenn Jokundus den Laren und Penaten seines Hauses das schuldige Opfer bringt, fügt er Gebete und Gaben für jene hinzu, die Pompeji beschützen. Aber die edelsten Stücke in seinem Haus sind die beiden Bronze Porträts beiderseits des Eingangs zum Tablinum. Sie haben die althergebrachte Form einer Hermel. Vierkantige Pfeiler aus Marmor, nur mit bronzenen Genitalien geschmückt, die die Fruchtbarkeit der Familie der Kekilii andeuten, tragen die Porträtsköpfe aus Bronze. Wenn Jokundus dort steht, um seine Klienten zu empfangen, genießt er den Beistand seiner Vorfahren. Das ist ein Privileg, dass sich die berühmten Vettius-Brüder bei all ihrem Reichtum nicht erkaufen können. Denn an ihnen klebt der Makel der Sklaverei. Sicher, die Kekilii, Jokundus-Familie, haben in Pompeji keine so lange Vergangenheit. Sie sind zumindest nicht so alt eingesessen, wie die Holkonii, die Popidii oder die Poppeii. Aber sie sind eine gute Familie. Und mag Jokundus auch keine Ahnenmasken aus Wachs in seinem Atrium hängen haben, so hat er doch diese schönen Bronzeköpfe, die jedes Fältchen, jedes Muttermal der vornehmen Gesichter seiner Vorfahren wiedergeben. Der Augenblick des Roms für einen Bäcker Der Bäcker Lucius Albucius Tyro, Freigelassener des Lucius Albucius Kelsus, überlegt, wie er die Aussichten seines Sohnes Markus verbessern kann, in den Stadtrat von Pompeji zu kommen. Zwar hat er die Unterstützung seines Patrons und früheren Besitzers, der sich gegenwärtig um das Amt des Edils bewirbt, aber Tyros Sozialstatus ist bestenfalls mittelmäßig. Doch er hat sich nicht nur die Freiheit erkaufen können, er besitzt jetzt auch seine eigene Bäckerei, eine von mehreren, die er für seinen einstigen Herrn betrieben hat. Da nun das Fest der Keres, der Schutzgöttin der Bäcker näher rückt, wäre es ein idealer Schachzug, eine Brotspende an alle freien Bürger von Pompeji anzukündigen. Es wäre leicht, die Genehmigung des Stadtrates für eine Brotverteilung am Festtag zu bekommen. Nach wie vor leitet Tyro gut ein Dutzend Mühlen und Bäckereien, die seinem früheren Herrn gehören und jede davon könnte ihm zum Sonderpreis Brote für seine Spende liefern. Nicht nur einmal hat Tyro solch eine Spende selbst erhalten und er weiß, wie viel Ruhm diese Investition einem Freigelassenen bringen kann. Er erinnert sich, wie er vor Jahren auf dem Forum Schlange stand, während der reiche Freigelassene Gaius Monatius Faustus Weizen austeilte. Die Bürger, viele mit ihren Kindern auf der Schulter und ihren Frauen an ihrer Seite, stellten sich einer hinter dem anderen an, um ihre Körbe voll Korn zu bekommen. Faustus stieg zum Beamten eines der größten Bezirke von Pompeji auf. Und ein paar Jahre vor seinem Tod machte Kaiser Nero ihn zum Augustuspriester. Das alles kann jeder auf dem großen Grab sehen und nachlesen, das seine Frau Nivolea Tüche an der Herkulana Straße hat errichten lassen. Jetzt wird es Zeit, bei den Ratsherren vorzufühlen und seine Freunde beizuschlagen. Morgen früh wird er gleich im Morgengrauen seinen vormaligen Herrn besuchen. Vielleicht bestellt Tiro sich ein Bild des Ereignisses für diese freie Stelle an der Wand seines kleinen Tablinos, damit jeder, der ihn besucht, an den großen Tag zurückdenkt. Aber erst einmal gibt es viel vorzubereiten. Mulvia Priskas Sohn Heute ist der zweite Todestag von Gaius, ihrem erstgeborenen Sohn. Als Mulvias Mann starb, hatten ihre Hoffnungen auf öffentlichen Ruhm, wie die der ganzen Vesturia-Familie an Gaius gehangen. Sie jubelten, als er im jungen Alter von 22 Edil wurde. Aber noch im gleichen Jahr starb auch er, und mit ihm verloren die Vesturiai ihre Aussicht auf Ruhm. Mulvia erinnert sich an das Begräbnis ihres Sohnes, als wäre es gestern gewesen. Gaius starb zu Hause, im Kreis seiner Familie, an einem schrecklichen Fieber. Mulvia selbst wusch seine Leiche und kleidete ihn in eine Toga, die Diener legten ihn auf ein toten Bett im Atrium mit den Füßen zur Tür. Der Duft von Blumen und Weihrauch durchzog den Raum. Pinienzweige rings um die Tür verkündeten, dass der Tod ins Haus gekommen war. Freunde und Ratskollegen füllten das Atrium und folgten dem Leichenzug, vorneweg Musiker, dahinter Sängerinnen, die Klagelieder anstimmten, und dann Mulvia selbst an der Spitze der Hausgemeinschaft, Verwandte, Freigelassene und Sklaven. Eine lange Reihe von Freunden schloss sich ihnen an. Fackelträger gingen mit, wie es Sitte ist, auch wenn es Tag war. Mulvia sah und hörte zu, als ihr zweiter Sohn Sekundus von der Redner-Tribüne auf dem Forum von Pompeji aus eine Gedenkrede verlas. Zwar war die Liste der Vorzüge seines Bruders nicht lang, doch Sekundus ungespielter Schmerz rührte viele Trauergäste zu Tränen. Die übrigen Edile und mehrere Ratsherren hielten Reden auf ihren Kollegen, dann bewegte sich der Trauerzug zum Einäscherungsplatz. Die Anwesenden bedeckten Gaius Leiche mit Parfüm und Gewürzen, Opfergaben und persönlichen Erinnerungsstücken. Sekundus selbst entzündete den Holzstoß mit abgewandtem Gesicht, wie der Brauch es verlangte. Danach blieb Mulvia nichts mehr zu tun, als sich zusammenzunehmen, bis das Feuer niedergebrannt war und der Priester die Trauernden dreimal mit reinigendem Wasser besprengt hatte. Nun gingen alle, außer der engsten Familie. Nachdem Gaius Erzieher Hymenaeus Gaius Asche zusammengetragen hatte, hielten sie eine schlichte Mahlzeit. Bei ihrer Heimkehr opferte die Familie den Laren ein Schwein, um das Haus zu reinigen. Die langen neun Tage des Kummers, die sich anschlossen, wurden noch schwerer, weil Mulvia als vorübergehende Ruhestätte für die Asche ihres Sohnes ein Grab im Besitz eines Familienmitglieds finden musste. Ein anderer Zweig, der Vestoria, hatte eine freie Nische in einem Sammelgrab an der Straße nach Herkulaneum. Mulvia kehrte mit ihrem Bruder, ihrem Schwager und Himeneus zum Verbrennungsplatz zurück und legte Gaius Asche in eine schöne Urne. Wie der Brauches vorschrieb, endeten die neun Tage mit einem Opfer und einem Abendessen zu Hause. Obwohl die vorgesehene Trauerzeit zehn Monate betrug, so lang war das Jahr in der Vorzeit, beschloss Mulvia weiterhin Dunkelgrau zu tragen, bis Gaius Asche in einem würdigen Grab Ruhe finden würde. Bis heute. In der Zwischenzeit haben sie und die Familie Gaius während des Totenfestes Parentalia, des Totenfestes vom 13. bis zum 23. Februar besucht, haben ihm Pfeilchen im März und Rosen im Mai ans Grab gebracht. Erst nach zahlreichen Besuchen konnte Mulvia die Dekorionen davon überzeugen, Gaius Begräbnis zu bezahlen und ihm sogar ein Grabgrundstück an wichtiger Stelle einzuräumen, gleich neben dem Vesuv-Tor. Während Mulvia sich heute dem Grab nähert, es sie erleichtert, dass an der Herkulana-Straße kein wichtiger Platz mehr frei ist, denn das Grab, dessen Bau sie sich leisten konnte, wäre dort untergegangen. Es ist nicht besonders groß oder eindrucksvoll. Doch was ihm an Ausmaßen fehlt, macht es durch Reichen Schmuck wert. Ein Altar, der über die Einfriedungsmauer aufsteigt, birgt nun Gaius Asche und die Inschrift auf der Vorderseite verkündet, wer Gaius war und was Mulvia getan hat, um sein Andenken lebendig zu halten. Für Gaius Vestorius Priskus Edil Er lebte 22 Jahre. Der Begräbnisort und 2000 Zisterzen für seine Bestattung wurden durch Beschluss der Dekorionen gegeben. Mulvia Priska, die Mutter, zahlte mit ihrem eigenen Geld. Mulvia ist die erste, die durch das Türchen auf der Rückseite der Ummauerung tritt. Das Bild, das sie zuerst sieht, treibt ihr die Tränen in die Augen. Gaius im Tablinum, wie er in der Toga dasteht, bereit zum Empfang der Klienten. Diese Pflicht hatte er von seinem Vater übernommen. Amulius, der Maler, hat alle Details abgebildet, die Falttüren zum Tablinum, die Liegen auf beiden Seiten und sogar Schreibzeug, Buchrollen und Münzen auf dem Tisch. Als sie nach rechts weitergeht, findet Mulvia ihren Sohn als Gastgeber eines fröhlichen Banketts, himmelweit entfernt vom tristen Mal des neunten Tages, das die erste Trauerzeit abschloss. Amulius hat den Garten der Vesturia beim Bankett, das Gaius' Wahl zum Edil feierte, nachgebildet und hat sogar Sprechzeilen über die Köpfe einiger Gäste geschrieben. Beim Blick nach unten ist Mulvia sich nicht sicher, ob sie den Pigment Fries richtig finden soll, den Amulius am Boden angebracht hat, aber er hat ihr beteuert, dass seine Kunden für alle erstklassigen Gräber immer ungezogene Pigmenten dabei haben, um die bösen Geister zu verjagen, die bekanntlich in der Nähe von Gräbern lauern. Diese Pigmenten hier sind ziemlich harmlos, vermutet Mulvia, obwohl sie nackt sind und die drei auf dem Boot da rechts fröhlich tanzen. Was ist das denn? Da lässt Amulius einen weiteren sich über die Uferkante hinauslehnen und auf einen Fisch kacken. Mulvia lacht gegen ihren Willen. Wie alle vernünftigen Leute weiß sie, dass das Lachen Dämonen vertreibt. Also hat Amulius recht. Noch einmal geht sie weiter nach rechts und nun steht Mulvia vor dem wichtigsten Bild überhaupt, genau unter der Inschrift auf der Vorderseite des Altars. Zwar werden nur Familienmitglieder jemals dieses Gemälde sehen, aber es hält für alle Zeit Gaios großen Augenblick fest, als er Edil war und die Stadt Pompeji zu ihm aufblickte. Da sitzt er in seinem Amtsstuhl, umgeben von zwölf Männern in Togen. Das war Mulvias Sohn im Alter von 22. Weil zwischen der Einfassungsmauer und dem Fuß des Altars so wenig Platz ist, schlängeln sich Mulvia ihre Söhne und Töchter langsam nach draußen, wobei sie Blicke auf die anderen schönen Bilder werfen, die Amulius an die Mauer gemalt hat, ein Garten mit Springbrunnen und Pfauen, ein Tiergehege, zwei Gladiatoren, eine Tempelfassade mit offener Tür und ein Granatapfelbaum. Diener richten ein bescheidenes Totenmal hinter dem Grab, während der Rest der Hausgemeinschaft durch die niedrige Tür geht und sich die Bilder anschaut. Einige hinterlassen Opfergaben wie Weihrauch, Wein oder Essen auf den kleinen Simpsen im Innern. Mulvia nimmt ihren Platz auf dem kleinen Sofa ein, das man für sie mitgebracht hat. Endlich sind ihre Tränen versiegt, für immer, wie sie hofft. Sie hat ihren Sohn, Gaius Vistorius Priskus verewigt.